Du möchtest wissen, wie der Quartalsbericht für das vierte Quartal 2023 der Netflix-Aktie ausgefallen ist? Dann bleib dran, wir legen sofort los. Um die Quartalszahlen richtig einordnen zu können, ist es wichtig zu wissen, worauf man achten muss. Prinzipiell sollten die selbstgesteckten Ziele erfüllt werden. Hier sehen wir einmal, was das für Netflix bedeutet. Man will sich primär auf Umsatzmaximierung fokussieren. Zuvor hat man den Schwerpunkt vor allem auf das Nutzerwachstum gesetzt. Als weitere Indikatoren werden hier das Wachstum des durchschnittlichen Nutzerumsatzes sowie die operative Marge genannt. Hier sehen wir noch einmal die selbstgesteckten Ziele des Unternehmens aus dem letzten Quartalsbericht. Man hatte hier gesagt, dass man in Q4 2023 einen Umsatz von 8,7 Jahren US-Dollar anpeilt. Die operative Marge erwartete Netflix hingegen bei 13,3%, wobei dazu gesagt werden muss, dass das vierte Quartal das Quartal ist, welches normalerweise die niedrigsten operativen Margen ausweist. Bei den Earnings per Shares wurden 2,15 US-Dollar erwartet. Was man in Q4 2023 erreicht hat, seht ihr hier einmal. 12% Umsatzwachstum auf 8,8 Milliarden US-Dollar, eine operative Marge von 16,9% sowie Earnings per Shares in Höhe von 2,11 US-Dollar. Das bedeutet also, man konnte sowohl den Umsatz als auch die operative Marge stark übertreffen. Bei den Earnings per Shares hingegen ist man leicht drunter geblieben. Was mir sehr gut gefällt, ist der Free Cashflow. In Q4 2023 betrug dieser 1,6 Milliarden US-Dollar und für das Gesamtjahr waren es 6,9 Milliarden US-Dollar. Die Aussichten von Netflix sind auch wirklich gut. Für das Gesamtjahr 2024 hat man die angepeilte operative Marge nach oben angepasst. Von zuvor 22 bis 23% auf nun 24%. Auf das erste Quartal 2024 heruntergebrochen wird ein Umsatzwachstum von 13,2% auf 9,2 Milliarden US-Dollar sowie eine operative Marge von 26,2% erwartet. Die Earnings per Shares sollen ebenfalls stark steigen auf 4,49 US-Dollar. Fangen wir nun noch zu den Neuerungen, die es gab oder die man im Zuge des Quartalsberichts verkündet hat. Mit dem Jahr 2023 hatten wir das erste vollständige Jahr mit den beiden Co-CEOs Greg Peters und Ted Serendos. Die beiden sind strategisch anders unterwegs gewesen als der vorherige CEO und wollten vor allem auf dem Werbemarkt Fuß fassen. Dieses Ziel wollte man erreichen, indem man seine Preismodelle anpasst und den Kunden ein günstigeres werbebasiertes Abo anbietet. So wie ich das sehe, hat man das Ziel erreicht und bereits heute macht der Werbetarif 40% aller Netflix-Anmeldungen in den Werbemärkten aus. Allerdings gibt es im Hinblick auf die Preisstruktur auch noch weiter Luft nach oben. Man will das Basic-Abo auslaufen lassen, sodass man als Einstiegsversion nur noch das werbebasierte, aber sehr kompetitive Abo anbietet. Auf diese Weise will man im Werbegeschäft stark skalieren, um mittel- bis langfristig neue Umsatz- und Gewinnquellen zu erschließen. Durch immer mehr Kunden auf der Werbeseite kann man die Seite der Werbetreibenden verbessern, weil das Targeting und die Messung, die man hier anbietet, deutlich verbessert wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Monetizing Sharing, also dass man das Teilen von Passwörtern monetarisiert. Man ist das Account Sharing erfolgreich angegangen und laut eigenen Angaben waren die Funktionen wie Profil übertragen und Extramitglied sehr angefragt. Das bezahlte Teilen wird nun zum Standard, was sehr positiv ist und über Jahre ein Kritikpunkt bzw. eine Sorge bei den Anlegern war. Eine weitere sehr große Neuerung, die man verkünden konnte, war, dass man sich zusätzlich zum bestehenden Content auch mehr auf Live-Events, ich sag mal nicht fokussieren, aber ausprobieren möchte. In diesem Zuge hat man eine Partnerschaft mit WWE, also World Wrestling Entertainment, angekündigt. Ab Januar 2025 soll das RAW von WWE exklusiv in USA, Kanada, UK und Lateinamerika live auf Netflix verfügbar sein. Weitere Regionen sollen anschließend auch dazu kommen. Darüber hinaus sollen auf dieser Basis noch weitere WWE Shows und Specials bei Netflix verfügbar sein. Damit sind zum Beispiel SmackDown, NXT sowie WrestleMania, Super Slam und Royal Rumble gemeint. Ebenso auch Dokumentarfilme und Serien, die auf diese Sportunterhaltung aufbauen. Ich finde diese Partnerschaft wirklich interessant, vor allem wenn man bedenkt, wie groß das Wrestling Entertainment in Nord- und Südamerika ist. Allein in den letzten drei Jahren konnte der Aktienkurs von WWE deutlich ansteigen. Nichtsdestotrotz sollte man bei den Live-Events auch aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Bei The Zone gab es zum Beispiel zahlreiche Preiserhöhungen, während der Streaming-Service noch zuvor der beste Szene aller Zeiten war, kletterte der Preis auf 15 Euro, was noch vertretbar war. Kurze Zeit später waren es 30 Euro, um dann anschließend 45 Euro zu kosten. Auf diese Weise hat man die Wut der Fans auf sich gezogen. Ich glaube zwar nicht, dass es bei Netflix so laufen würde wie bei The Zone, einfach aus dem Grund heraus, dass man daraus gelernt hat und auch bereits profitabel ist. Dennoch gilt es meiner Meinung nach stark darauf zu achten, welche Live-Events sich wirklich lohnen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Quartalszahlen von Netflix wirklich gut waren. Man konnte an allen Fronten überzeugen, sowohl beim abgelaufenen Jahr als auch bei den Indikationen für das nächste Jahr und für das nächste Quartal. Die Neuerungen und Ankündigungen kamen ebenfalls gut an. Kein Wunder, dass die Aktie deutlich reagiert hat und nun bei 600 Dollar bzw. 500 Euro steht. Was sagst du zu den Quartalszahlen von Netflix? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.